Das neue Bauprojekt im Garten sieht folgendermaßen aus. Leerräumen, Leerräumen, Leerräumen. Dahinter liegt noch ein bisschen Kleinzeug. Klein machen, dann säge ich da oben das Stückchen ab und dann sind das ja noch 1, 2, 3 Boxen, die werden nach links geräumt. Dann kommt hier das halbe Erdbeerfeld weg und hier machen wir ein Stückchen Feld wieder dran, hier vorne so. Und die Steinreihe wird ungefähr verlegt, 1 Meter nach hinten, so dran. Sollen wir mal wo mein Finger jetzt ist. Und dann wird neu geschottert, kommen neue Platten drauf, also noch mehr, nicht alles neu, kommen neue Platten drauf. Und ja, dann kann man den Wohnwagen nochmal 50 Zentimeter nach hinten schieben. Das heißt, man kann dann ringsrum laufen, vernünftig. Auch die ist jetzt am Zaun und wie man da sieht, ist das da noch so eine Handbreite frei. Das ist ja mal gar nichts. Das wollen wir dann langsam mal angehen. Aber erst muss das Holz ausgeräumt werden. Das ist ziemlich viel. Das muss auch irgendwie untergebracht werden. Wenn nicht, muss ich erst mal auf den Haufen schütten und eine Plane drüber. So sieht das jetzt aus und das machen wir jetzt. Das ist gut.